In der demokratischen Volksrepublik Korea wurde der rekonstruierte Dekyongma-Verarbeitungsbetrieb in Hesu eingeweiht. Der Betrieb, wo die gesamte Produktion und Geschäftsführung durch ein integriertes Realzeit-Dispatcher-System erfolgen und alle Produktionsprozesse keim- und stabfrei sind, verfügt über die Produktions- und Wohlfahrtseinrichtungen einschließlich der komplexen Fischverarbeitungshalle. Am 18. März besichtigten die zuständigen Funktionäre den rekonstruierten Dekyongma-Verarbeitungsbetrieb in Hesu.